Guten Morgen, ich möchte heute am Geburtstag von unserem Ordensgründer, dem seligen Bruder Peter Friedhofen, Ihnen und Euch einen kleinen Einblick geben in die Maria-Hilf-Kapelle, wo Bruder Peter Friedhofen eben auch beigesetzt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 In der Maria-Hilf-Kapelle ist Bruder Peter Friedhofen beigesetzt in diesem Schrein, der von Bruder Numerian hergestellt, entwickelt worden ist. Bruder Peter Friedhofen war 1819 am 25. Februar in Weitersburg bei Fallendar geboren und am 21. Dezember 1860 verstorben in Koblenz. Und ich möchte in unseren Anliegen beten für die Menschen, die uns anvertraut sind, für unsere Ordensgemeinschaft. Gott barmherziger Vater, du hast zu allen Seiten Menschen berufen, um deine Liebe, Zuwendung und Menschenfreundlichkeit sichtbar zu machen. Der selige Bruder Peter ist deinem Ruf gefolgt. Du hast ihn mit großer Liebe beschenkt und ihm ein Herz gegeben für die Kranken, Armen und Notleidenden. Ihnen ist er ein Bruder geworden und hat in ihnen Christus erkannt. Schenke uns auf seine Fürsprache hin eine tiefe Freundschaft zu dir, die uns fähig macht, den Mitmenschen in unserer Umgebung zu dienen und besonders den Kranken, Armen und Notleidenden Menschen beizustehen. Das erbitten wir im Heiligen Geist durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Das erbitten wir im Heiligen Geist. Das erbitten wir im Heiligen Geist. Das erbitten wir im Heiligen Geist.